. . . Guck mal, was ich gefunden habe. Das war das Überrückchen von meinem Brautkleid. Und das war mein Jungfernhäubchen. Ah. Aber ich hab... Ich hab den ganzen Tag nur geholt, weil alles so voller Staub war und dreckig. Der Rock. Die Polster von den Stühlen. Selbst die Sahne auf der Torte. Alles von der Kohle. Ja. Das war die Kohle. Ich hab mich für den Dreck entschieden. Und für deinen Opa. Wir entscheiden uns heute gegen den Dreck, Omi. Kohle ist vorbei. Wir haben das Land gewärmt. Jeden Winter. Und das war oft hart genug. Doch. Ohne uns gibt's das ja alles gar nicht. Ich... bin mein Leben lang gerne Bergmann gewesen. Bergfrau wenn schon. Da kannst du lange darauf warten, dass ich BergarbeiterInnen sage. Lieber lass ich mich vom Bagger überrollen. Ja. Na gut hier. Das wird doch ganz schön schon. Können wir morgen weitermachen. Ich hab keine Lust mehr. Mhm. Jackie. Die gestalten da einer F60 im Wald. Oma, ich kenn die alle. Das kannst du deinem Opa und mir nicht antun. Dass du dich bei denen da einreißt, die hier alles platt machen wollen, wofür wir gearbeitet haben. Wir sind eine BergarbeiterFamilie. Ja. Und Janusz kommt aus Polen. Auch in einem Kohleland. Und Hayley kommt aus Australien. Und weißt du, was unser Problem ist? Von uns allen. Dass uns dieser kleine Planet hier unter unserem Hintern weggeheizt wird. Nämlich mit eurer Kohle. Non. Nice. Dann